Das ist genauso wie in der Englischprüfung, wo wir uns fünf Sachen merken sollten und ich verkackt habe und Lili dann in der Prüfung mich angeguckt hat und gesagt hat, das sind doch deine Sachen, ne, auf Englisch. Und ich dann so, scheiße. Und dem Lehrer ist es nicht aufgefallen und sie hat mir dadurch den Arsch gerettet. Ja. Und sie hat die schlechtere Note bekommen. Ich war so gut auf deine Rolle vorbereitet, ne. Dann hast du die falsch bekommen. Ja. Mir hat das, glaube ich, ziemlich den Arsch gerettet. Oh, ein bisschen. Oh, five princesses. Oh, oh. Ausgang. Ausgang. Ich würde den Ausgang irgendwo hinführen, wo ganz viele Leute wegkommen auf einmal. Ich würde den, können wir hier nicht irgendwie sowas drüber bauen, dass die Leute einen Weg hier drüber bauen? Wir können da einen Weg drüber bauen. Okay. Können wir den da angrenzen lassen? Ja. Soll ich das machen oder willst du das machen? Ich kriege das hin. So, ich besuche dich dann morgen wieder. Oh, guck mal da. Guck mal, ich habe gesagt, hinter die Dingens. Ja. Habe ich gesagt, dass du da einen Mülleimer hinbauen sollst. Und guck mal, was passiert ist. Szenerie. Mülltonnen. Fassmülltonnen. Und da weiter, weiter noch da mehr. Und davor, davor, davor. Das sieht scheiße aus. Stopp, 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 stopp. Jetzt setzt du die auch daneben. Jetzt hättest du sie mindestens in die Nähe. Da. Ja. Jetzt duplizierst du die mal. Die geht aber nicht da drauf. Dann geh mal weg hier. Frau. Mann. Produktiv, ey. Da kannst du noch so eine Schmolllippe ziehen. Du weißt, dass das bei mir nicht wirklich funktioniert. Ich weiß. Tipp für alle Frauen. Bei mir wird keine Schmolllippe. Also nicht, dass ich noch andere Frauen hätte. Scheiße. Ich wollte gerade sagen. Taust mir eh nicht zu. Nein. Sehr gut. Warum rutscht mir eigentlich immer in sowas ab? Keine Ahnung. Und warum baust du das jetzt in schwarz? Warum nicht? Was willst du denn haben? Keine Ahnung. Wasser sieht scheiße aus. Vor allem warum baue ich das jetzt? Keine Ahnung, weil du es mir wieder geklaut hast. Guck mal. So, und jetzt machen wir hier die Länge auch voll. Wo willst du es denn hin haben? Keine Ahnung, ich hätte da gerne einen Kreisverkehr. Oder eine Oval. Ich kann so einen verkrüppelten Halbkreis haben. Genau, so. Ja. Always wanted to have a verkrüppelten Halbkreis. Jetzt ist zwar Schifffahrt hier überhaupt gar nicht mehr möglich. Wie, wie muss denn da auch schon Schiff fahren? Und dann kommt das noch so ein reichnen. Ich kann so einen reichnen. Ich kann so einen reichnen. Mach es doch einfach. So. Und jetzt kann man nämlich die Leute da drauf dumpen. Ja, dann hätte ich vielleicht Eingang und Ausgang andersrum platzieren müssen. Bitteschön. Ich guck währenddessen hier. Ja. Ist viel interessanter. Denk, glaub ich dir. Ausgang verschieben, bitte. Nein, tu das nicht. Nein, der soll ja auch nur Platz machen für den... Wege auswählen. Könntest du bitte... Ranzoomen. Dann halt noch da. Ich glaube übrigens, wenn du... Ja. Steuerung gedrückt hättest oder so und dann Rechtsklick gedrückt hättest, dann macht er alle Wege weg, indem du in die Quere kommst. Was? Hast du einmal Steuerung gedrückt? Ja. Rechtsklick gedrückt halten? Gedrückt halten und jetzt gehst du einfach die Wege... Nee, mach da nicht. Also links dick gedrückt halten? Nein, lassen wir das. Ich kann das nicht. Richtig. Nee, jetzt will ich es wissen. Darf ich mal? Bitte. Wig, Mann. Warum steht da jetzt ein Mensch? Ah, guck hier. Damit kannst du es. Und dann kannst du hier so... Sieben, ne? Nein, das ist ein... Das ist ein... Du brauchst eine Warteschlange dafür. Bitte an den rechten von beiden. Weißt du? Sodass der Ausgang auch noch hin kann. Diese Säule muss weg. Wunderschön. Oder? Ja. Da macht der Premium Pass zwar null Sinn, aber okay. Nein, du kriegst die Maus nicht zurück. Guck, jetzt macht das Ganze Ding blau. Amazing. Ich mach das nur. Oder? So weg? Ja. Versteht den Tagel, Alter. Vor das Hentai-Born. Dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum. So, willst du die Dingenschlange bauen? I always wanted to buy Premium Pass. Dum-dum-dum-dum. Ähm, Premium Pass-Eingang. Ich würde die Premium Pass-Eingang da durchlaufen. In der Mitte durchlaufen. Das ist bestimmt für's gut. Wenn du den Innern so in der Mitte durchlaufen lässt. Ja, genau. Das ist hässlich. Das ist echt hässlich geworden, der Rest. Jetzt aber. Mach die Dingens aus. Mach den Wickel aus. Ja. Aha. Noch ein bisschen. Ja. Oh, fast. Fast. Es ist fast perfekt. Ja. Oh. Tü. Okay. Wundervoll. Geöffnet. Schade, dass man das nicht selber auf dem Wasser bauen kann. und die steuerung der film besser nicht der 36 stunden mega thriller in dem nichts passiert warum laufen diese leute jetzt wieder zurück warum laufen die dann wieder zurück haben wir den preis vergessen haben wir dafür eigentlich schon freis weg machen oder weil sie echt groß ist kann man machen ich wollte hier mülleimer bauen krönchen melltonnen die passen so super du setzt sie jetzt nicht richtig so bist du zufrieden das war klar warum fragst du dann so blöd kennst mich ich frag immer blöd denkst du was der ausgang ist so klein dass es keine zwei nebeneinander kommen ja toll was kann das eigentlich außer hin und her schaukeln hin und her schaukeln ok nein wenn du wenn du das vermarkten muss was anders vermarkten es kann hin und her schaukeln hier fehlt trotzdem noch was fahrgeschäfte haben wir noch etwas piratenhaftes das da sind keine ahnung was das ist das ist das da es passt nicht so wirklich zu piraten aber es ist ja egal sehr steampunk das hat gar nichts mit piraten zu tun also weg damit oh das hat aber auch nichts mit piraten zu tun richtig aber wir können octopus das hat auch nichts mit aber hat was mit wasser zu tun das hat maximal was mit pirates of the caribbean zu tun und das da schnauze und das da das hatten wir schon das haben wir noch nicht das ist das da guckt auch eher noch mal nach dem schienenfahrgeschäft mann oder nach nach 8 8 8 angepasst muss aber hier ist nichts piratenhaftes die wurde nicht für die kleinen ja super guck mal ist das nicht witzig love scout 24 wie werde ich am besten meine freundin los 11 wirst du dampf your girlfriend kann ich die irgendwie wieder los werden poker piks 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 poker die es nicht kennen guckt soms guys soll ich das jetzt dahin genau unter wasser perfekt ich würde es ja eher damit in die mitte reinbauen was in welche mitte da da ja tschüss ranzungen kann man mit dem scheiß immer noch nicht du kannst das nicht jetzt hast es fast kaputt gemacht ja ich habe es gemerkt gleich kriegt er wieder im blue screen deswegen habe ich gedacht macht den ausstieg und aus außen direkt auf einer so auf der auf unterschiedlichen seiten und rechts ich würde es so machen ja schiff gedrückt halten du hast keine ahnung was schiff ist doch ich war aber gerade überlegen weil ich das die ganze zeit mit x gemacht habe wundervoll ich würde noch etwas höher setzen wegen wasser stopp so so ja ich würde noch was drehen wie kommst du denn los was mal locker weiter weg stellen dann können wir so noch ein bisschen was mehr hinzufügen du denkst dran die aus uns eingangen auf zwei unterschiedliche seiten zu packen nicht so blöd ich glaube nicht blöd doch wunderschön das ist jetzt eingang und ausgang wir könnten einen zug so lang machen ja klar mach doch lieber zwei züge draus h w w w w w w w w DOM